Promi-Geflüster unterwegs in Stuttgart beim Konzert von Vox Club. Und natürlich haben sie auch einen Vorband dabei oder einen Gastmusiker im Vorfeld und den haben wir jetzt gerade neben uns, Luca heißt er. Stell dich mal kurz vor, was machst du, wo kommst du her? Ja, mein Name ist Luca Kugelmeier, ich komme aus der Nähe Blattling, also aus Niederbayern und mache bayerischen Pop, also in der bayerischen Mundart. Blattling, da fällt mir doch jemand ein, die Niki kennt man da ja noch, gell? Genau, die Niki ist eine sehr gute Bekannte von mir und wir machen auch Opa zusammen. Wir waren früher auch ganz oft auf Karaoke-Partys und haben zusammen gesungen, also wir kennen uns sehr gut. Du sagst jetzt so früher, dabei hat er mir gerade verraten, er ist ja erst 17 Jahre jung, so lange kann das ja auch noch nicht her sein, oder? Ja, so fünf, sechs Jahre war es ja, also vor fünf, sechs Jahren habe ich wirklich dann zu singen angefangen, professionell mit Gitarre spielen und so weiter. Habe mir das alles auf YouTube beigebracht und dadurch hat sich das Ganze entwickelt. Und wie bist du jetzt auf Vox Club gekommen oder wie sind die auf dich gekommen, so muss man eher sagen, denke ich mal, oder? Das ist eigentlich ganz cool, weil mein Prozent ist auch Prozent von Vox Club und schreibt auch bei den Songs bei denen mit. Und deswegen ist quasi der zu Vox Club gegangen und hat gefragt, ob das nicht mehr möglich wäre, dass ich vorhin als Vorband quasi spiele. Und die waren sofort begeistert von meiner Musik und haben gesagt, ja, machen wir sofort. Und ja, jetzt bin ich schon das dritte Mal quasi Vorband von Vox Club, jetzt hier diesmal in Stuttgart. Sehr gut, sehr schön. Jetzt machst du ja den Anfang. Du bist jetzt so ganz allein auf der Bühne. Keine Band drum herum, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe natürlich meine Band quasi visuell im Hintergrund mitlaufen, weil der Aufwand jetzt für die vier Songs als Vorband sich nicht lohnen würde, mit ganzer Band aufzutreten. Aber ich drehe natürlich auch außerhalb, wie gesagt, wenn ich selber Konzerte gebe mit Band auf, also mit Schlagzeuger, Pianist und Gitarrist. Das Wichtigste, was dazugehört. Genau, richtig, dass auch das Ganze gut klingt auf der Bühne. Ja, wenn man jetzt, wie gesagt, so raus muss aufs Publikum zugehen, wie wird es angenommen? Was sind so deine Erfahrungen jetzt, gerade von den Vox Club Fans vor allen Dingen auch? Also die Musik von mir wird eigentlich immer positiv angenommen. Vor allem jetzt bei Vox Club, weil wir doch ja auch Mundart, es ähnelt sich doch bis in unsere Musik. Und deswegen passt das Publikum eigentlich ganz gut auch zu mir und ich finde das immer sehr, sehr cool. Sehr gut. Gibt es schon eigene Songs, die du veröffentlicht hast auch schon? Sprich auch eine eigene CD? Es gibt noch keine eigene CD, aber schon ein paar Singles, die draußen sind. Ich bin bei Sony Music unter Vertrag, bei Areola. Also es gibt mittlerweile vier Singles und heute ist sogar meine neueste Single rausgekommen. Also heute ist der Releasetag. 1 plus 1 heißt sie und die werde ich heute Abend auch spielen. Sehr schön. Dann wünschen wir dir viel, viel Glück damit, dass das vorangeht. Wo sind deine Ziele? Wo soll es hinführen? Also ich will auf jeden Fall weiter Musik machen und mir macht es einfach Spaß. Ich will die Leute mit meiner Musik begeistern und mit meinen Texten überzeugen. Und ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Ich arbeite weiter, schreibe Songs, produziere auch selber Musik und dann schaue ich einfach, wo es hingeht. Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Sind es eigene Songs und so weiter? Kann man dich schon auch als Singer, Songwriter sozusagen bezeichnen? Auf jeden Fall, ja. Mir ist es ganz wichtig, dass ich meine Songs selber schreibe. Ich finde, das muss authentisch sein und ich möchte meine eigenen Gefühle darin auch wiederfinden und deswegen schreibe ich es selber. Wo kann man jetzt was finden über dich? Natürlich, klar, in der heutigen Zeit Social Media, Instagram, Facebook nehme ich an, oder? Genau, also YouTube, Instagram, Facebook bin ich eigentlich überall vertreten, kann ich überall finden. Meine Musikvideos natürlich auf YouTube, Instagram und Facebook und so poste ich regelmäßig Videos und Fotos aus meinem Leben, die irgendwie Einblicke geben. Also ich bin da ziemlich aktiv überall, ja. Sehr gut. Jetzt darfst du bloß noch sagen, nach was man suchen muss? Nach Luca Kugelmeier, also überall eigentlich. Wir blenden es am besten ein und man kann eigentlich nichts schief gehen. Luca mit C geschrieben, ne? Genau. Kugelmeier? Kugelmeier, ein bisschen schwierig, genau, mit GL, also ohne E dazwischen und Meier mit EI. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Aber wie gesagt, das findet man und dann würde ich sagen, beobachten wir einfach mal, wie es dein Weg so weiter geht. Und da sehen wir uns bestimmt irgendwo wieder. Vielleicht auch dann mal Solo, großes Konzert mit dir, warum denn nicht, ne? Ich würde mich sehr freuen, ja. Dann ein tolles Jahr 2020, das darf man dir schon jetzt schon mal wünschen. Hau nachher richtig rein und bis bald. Bis bald, vielen Dank.